hallo mit vorzauber mit vorzauber in der kostenlose frage von leibest du in stelle expansion letzte mal mit kapitel 2 angefangen und haben jetzt die fährt aufgenommen um dem professor keller oder lukas keller oder den ganzen namen will und der berkschaft ein bisschen nachzugehen weil ich könnten vielleicht immer wird sein mit dem mord von safi und wir sind jetzt glaube ich in der lifeline und so nenne ich halt die timeline wo safi noch am leben ist und deadline ist eben halt die wo sie tot ist my best leads are lucas culminero and the abraksis society vince the head honcho of abraksis i could start with him um die die eisigte zu uns wird die hingen in der grünen antertel sie ist erging präziger heim gestart auch kurz hohe verfolgt ist auf die karte ist die stelle auf dem salz näher das ist nicht wie rausfinden das so schlecht ist in zwei teil wird sogar bis zu spielen und da etwa zu raus zu kommen er ist bereits Und bring kein Messer zu einem Spielpistolen-Gefest. Inspiration. So war. Ich liebe diesen Account. Minder Comedy? Äh, paar möchte gern. Sarkoos Mafusi habe ich wohl der Törtler erwischt. Mein Wille war stark, aber meine Blase nicht. Scheiß, Alter. Ich wollte helfen, aber als ich die Tür erreichte, warst du schon am Boden. Ich habe auf die Lippe gebissen, als ich fiel. Und die haben einfach weiter geschossen. Scheiß, Alter. Alle sind pleite und brutal hier draußen. Pass auf dich auf, ja? Ich will nicht, dass du dich verletzt. Mach dir kein Gesungen, ich werde gewinnen. Hm. Oh, ey. Äh. Ey, so, falls ich etwas zu harsch war, lass dich einfach zu dir hören, okay? Versprochen. Ich verstehe, warum du widmet bist. Ich melde mich versprochen. Danke, dass du es lebst. Ist dich schon alles okay? Ja, alles okay. Wir sind in der lebenden Timeline. So, ein Nachricht von... ...Männer und Sinn haben wir noch. Okay, äh, hier. Realität mal kurz springen. Okay, hier sind sie... Ah, okay, das ist auch wieder der Effekt. Ich habe schon gemischt gefragt, warum sieht das so komisch aus? Äh, okay. Ich würde sagen, ich schaue mich mal als erstes hier gründlich um. Ich höre ein fettes Piep. Hier. Hier ist der, äh, äh, das Portal zu der anderen Realität. Okay, das merke ich mir. Ich schaue mich mal gründlich um. Einerseits einfach mal wegen der Wälderkundung, ob es schon was so gibt. Okay, wir können da nicht stehen, okay. Äh, gelber Schnee, lecker. Oh, komm mal. Dann können wir wahrscheinlich auch nicht über diese Brücke wirklich dann nehmen, oder? Doch, okay. Hier können wir also hin. Das ist ein Werk von Kunst, das kam von einer verrückten und enttäuschenden Meinung. Ja. Hafer. Maya Okada. Ich frage, wer sie war. Interessant endeavor. Maintaining Snowart. So. Mann, was stopptet dich, dass du so wie das schraubst? So, zack. Der Bauchmuskler wird, äh, wortwörtlich gebeißelt. Aber halt wirklich. Äh, so. Noch beinneutig ist, dass das in der Klausur durchgezogen haben. Äh, er ist dieser, aber keine Motten, äh, man in der Statue. Das hätte ich tun können, wenn ich nicht in der Stadt, äh, Studio-Arbeit, er stecken würde. Hm, bestimmt. Interessant endeavor. Interessant endeavor. Maintaining Snowart. Hm. Okay. Art Student Prank, or horrifying creature. The world may never know. Gute Frage. So, hier kommt das Karte. Okay. Hier können wir nicht hin. Äh, romantische Skulptur. So, how do you keep things fresh after literal decades of go, Cardinals? Okay. Gibt es hier noch? Hier gibt es nix. Schauen wir mal hier weiter. Die Schneefesten ist ganz anders, ja? Schauen wir mal hier vorbei. Metalworking ist ein bisschen wie Fotografie. Du wirst nicht wissen, wie das Umgebung deine Arbeit schäuert. Das ist nix, okay. Äh, abgestrackte Skulptur. Gute Frage. Wo ist das Geld? Äh, Poloet. Oh, nice. Das ist meine Handwriting. Warte. Bin ich der mysterie-Photografer? Ich wusste es. Ha. Ich sag ja, ich hab ja schon gesagt, denkst, wenn wir eine Max haben, in der anderen Realität, was passiert mit der, die eigentlich schon in dieser Realität gelebt hat? Tauschen sie dann, äh, die Plätze aus, oder wie genau läuft das? Weil es ist kein, weil es müssen aber irgendwie an die zwei Maxes existieren in der Realität. Hm. Boah, ich schreibe mal mit Vin. Abraxas war an der Snapping Turtle, als der Skull ging weg. Vin, dieser Welt, Vin, scheint auch an die Zuschauer zu lieben. Ja. Boah, es ist ja der gleiche Win, auch immer. Es ist einfach nur, dass halt der große Unterschied ist einfach nur, dass halt jetzt, äh, Saffi noch am Leben ist. Und, äh, Ja, der war es auch mal jung. Ja, der war es auch mal jung. Was? Ja, der war es auch mal jung, aber ich weiß nicht, wo sie hinlaufen jetzt ist. Ich weiß nicht. Wenn ein paar Hotschiffe nicht bekommen, ich weiß nicht, was wird. Hey, wo ist die hin? Oh, und melde vom Raum? The Snapping Turtle, looking for volunteers at the Lakeport Soup Kitchen? Amanda, really is the best. The Lakeport Soup Kitchen. In Samar mit der Lakeport Soup Kitchen, such die Snapping Turtle nach Freuwegen für das Verpacken, sortiert und verteilt von Essen in der Lakeport Gemeinde. Nur ein paar Stunden, wenn es Tage ist und du kannst die Leben, damit Menschen in der Lakeport verbessern. Melde dich jetzt, äh, an oder frag, äh, einer unserer Angestellten nach weiterer Linke, was du dir helfen kannst. Oh. Ja, wo ist Diamond? Hey, wo ist die hin? Okay, aber Schnee. Nee, da ist die nicht hin. Ist die da hin, oder wie? Teichchild? Die Person skatet auf dünnem Eis. Und ich kann nicht glauben, ich meine das nicht metaphorisch. Oh, das ist schon ein bisschen. Er ist auf sehr dünnem Eis. Sehr dünn. Ja, wo ist Diamond denn? Er ist spinnig, die ist ja auch aus der Tür gekommen. Okay, wir springen mal in die andere Realität und schauen mal, was wir da so finden können. Also, hier war das Portal, ne? Und zack. Hier ist Wind nicht da. Hier können wir auch nicht reden. Und wo? Boah, schaue ich mal noch einmal um. Vielleicht irgendwas anderes vielleicht hier finde. Oh, hier ist ein weiteres Portal. Oh, wow. Ich liebe es, diese sind auf beiden Seiten. Die letzte Mal, ich war auf dem Bench, war... anders. Oh Gott, ich muss schon gerade ein bisschen strecken. Hui! Ja, also wir haben den Dings, Vince up zu checken und seinen Lakaiden da... Ja. Ob du jetzt realisieren, was du machst, die ganze Zeit mit dem Realitätsspringen. Just when you thought you'd seen it all. Ja. Jeez. There you are. I thought I was gonna freeze to death. When I woke up, Safi was gone forever. And now, I am in a whole new world of questions. What are these worlds? Timelines? Realities? Where did this new power come from? Is rewind gone forever? Lucky for me. One question clearly takes priority. Das klingt... Also das hätte ich sie aber noch die... äh... das Drückspüren bis jetzt gehabt, aber... Should I be worried? The last time I had powers... Everything went to complete and utter shit. Ja. Wenn's ähnlich nachgeht, dann ändert sie ja wieder Zeit und Traum aber eigentlich. Allerdings, wenn sie jetzt halt den, äh... Mörder herausfindet durch diese andere Realität, dann wird sie wahrscheinlich den Zeitraum, in der wirklich der Mörder eigentlich in der Realität ja gefunden wird, komplett geändert. Und das müsste ja wieder normale, so verheiratete Konsequenzen, aber wenn wir wieder Schicksale ändern. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob sich... äh... irgendwas zeigt, wie eine Art Sturm oder wie irgendwas hat das wieder so. Es sieht, wie jemand hat Sofies Namen addiert. Das ist... das ist eigentlich wirklich süß. Ich würde es komisch werden, wenn es keine Konsequenzen geben würde. Wenn Sofie hier ist, sie könnte die Poetrie in Herent in... abstrakten Metallbüllen... oder was... Weil zum Beispiel in Love is Strange 32 hat, sehr Sinn gemacht, dass es keine Konsequenzen gab, im Sinn von, äh... so Sturm und irgendwas so wie Chaos-Theorie, weil wir nicht Schicksale geändert haben. Vin seems really distracted. Währenddessen halt, äh... äh... dass er Schicksalte alles geändert hat. Und... ist so verlaufen, dass sie es eingestollte. Und deswegen es halt verheirrende Konsequenzen gab. If living Sophie could see this, I bet she'd be mortified. It's all so... earnest. wir haben mal wieder rüber wir sollen ja anscheinend damit auch so nach schweiß einfach nicht wo die ist auf dem campus hochreden mit der damit alle beländigen welt auf dem campus hochreden wo ist die denn ich hoffe jetzt mal den ganzen koppos auf aber ich habe die vorher nicht gut wo ist damit sie das der türkern und dann ist sie wirklich gewesen jetzt sie nicht er sind der andere links rätts die realitätsriss ist hier warum nicht nur ein bisschen mehr access Es ist mir klöch? Ich bin mir mal mit dir. Wenn es jemanden außer ihm wäre, würde ich fragen, ob das ein Eufemismus wäre. Die Abraxis-Kinder sind wirklich schrecklich, oder? Ja. Derjenige auf der Seite ist super in mich. Ich tanzt mit ihm einmal, einmal in einem Klub letzte Woche. Him? Spricht mich nicht an? Him? Ich meine, ich war nur an den Tanzen. Wenn ich mehr wollte, wäre er nicht meine erste Wahl. Besonders, sie sind jetzt auf der Klock für Vin. Wahrscheinlich versuchen, mich in einem unabraxislichen Behaviour zu treffen. Was ist denn unabraxislich? Wollen wir schauen.. Ich sehe, aber es ist recht. Die Bödensthung, die Höfung und die Bödensthung. Oh, und die Herausforderung von Vin zu erscheinen. Yeah. Das klingt ja, super! Ich denke, dass que van habe etwas verloren verloren. Es clearly erchtet ihn schon. Sie hat keine Ahnung, oder? Ich will, äh, go ask the Goon Squad. Good call. Okay. Mary, der Bax ist Mickey da. Ich kann Ex-Phil. Sie haben unseren Mann und er weiß zu viel. Was hat Vin diese Leute aufgetragen? Das frag ich mich jetzt auch. Oh, hey, so Diamond hat mir gesagt, sie fühlt sich nicht so gut, mit euch zwei stören. Du erzählst mir, was Vin ist für mich, und ich werde ihm nicht sagen, dass du ein Mitglied der Abraxist-Member schiefst. Good talk. Es muss sein, dass ich mich hören kann, was sie sagen können. Alles, was er verloren hat, muss wichtig sein. Wenn wir in der Realität springen, und dann unsere Fähigkeit mit EDA benutzen, dann können wir ihnen zuhören, während wir präsent sind, aber nicht sichtbar. Es müsste normalerweise klappen. Wir wissen, dass sie da sind. Das heißt, es müsste normalerweise klappen. So, wir aktivieren es jetzt. Das Ding ist also aufgebracht. Okay, aber dann springen wir wieder zurück, und dann gehen wir zu Dings, zu, ähm, Diamond, und fragen sie ein bisschen aus. So, und zack, da sehen wir wieder eine Lifeline. Ich hätte wirklich schon mal einfach so eine Lifeline halt, wo so viel lebendig ist und die andere eben Deadline. So, sprechen. So, if you're wondering why those Abraxist kids are eyeballing you, it's cause someone stole Finn's phone. Seriously? They think it was me? The clownery! Of course they do! Of course! Ich weiß es schon, die war es nicht. Haken, ich habe das Recht, zu assume, dass sie vollständig sind. Ich habe immer eine selbe Begegnung. Aber wenn du herausfinden, wer es hat, sag ihnen, ich habe ihnen einen Drink. Was geht mit ihr und Venn vor sich? So, are you and Venn, Rivals? Enemies? To hear him tell it? Both. Okay. And to hear you tell it? Ja, das frag ich doch. Feinde? Venn ist, one of those yappy little purse dogs who swears he's a pit. Okay. Äh, du bist ein Anomoli für Abraxist? You don't exactly strike me as the typical, äh, Abraxin. In the Vin Lang Mold? God, no. But the Org itself has potential. If we could just get him away from it. Äh. Äh. Was wenn du das sagen hattest? Das wäre eine Idee. Vielleicht, du laufst du spitz, wer weiß. Das war alles. Machen wir. Bin berichterstatten, okay. Warte, warte, das ist jetzt schon ein gutes Stückchen mit dem Erkunden, aber irgendwie mag ich es aber. Ich war ein bisschen skeptisch, wo es ein bisschen mehr in dieses Richtung Mystery geht, so, äh, aber irgendwie scheint es aber gut zu funktionieren. Ich finde es gut umgesetzt. So, äh, dann sprechen wir mit dem Typen hier. Hallo. Ja. So, äh, dann sprechen wir mit dem Typen. Und, äh, dann sprechen wir mit dem Typen. Und ich bin mit einem japanischen Single-Malt. Was? Und ich bin mit dem Typen. Ich bin mit dem Typen. Ja. Ich bin mit dem Typen. Und ich bin mit dem Typen. Und ich bin mit dem Typen. Mhm. Ich bin mit dem Typen. Ich bin mit dem Typen, das doch nur, wisst ihr. Es hat etwas Tetralisches. Fragen wir uns eben auch. Einfach durchschlagen? Stimmt Das ist saufweilig Gut, dass Mac das gerade erwähnt Ich hab das nicht direkt gemerkt Er ist Stefan, die wir probiert Wir haben nichts von der Windschutzscheibe gesagt Okay, Wins ist sehr verdächtig Wen haben wir jetzt noch? Wir haben noch Gwen Hunter und Da ist noch jemand anderes Was doch, oder? Da ist noch jemand anderes, den wir auschecken müssten Oder spinn ich gerade? Wir warten jetzt mal, bis wir hier drin sind Dann schaue ich mich noch einmal um Aber das war sehr verschieden Wir haben wirklich nichts von der Windschutzscheibe gesagt Wirklich gut, dass Max das erwähnt hat Aber ich hab das wahrscheinlich nicht direkt gemerkt Wenn überhaupt Und es lädt Lädt, ah, okay So Und da werden wir Ah, Lucas Okay Schauen wir uns mal um Wir können auch in die Verwaltung gehen Das finde ich verdächtig Ich gehe mich mal da umschauen Da können wir auch vielleicht etwas anderes finden Oder Mindestens ein Collectible Was, was hier verfügbar ist, ist mir verdächtig Deswegen will ich mich mal umschauen Oh je, ich habe gesagt, dass er wieder zurück in seiner Tasche wäre Hi Mama, kannst du mich hören, okay? Okay Nein Nein Ich habe das Oh, ich höre ein Portal schon irgendwo Ich weiß nicht wo gerade, aber ich höre schon die Geräusche eines Portals Ähm Das wäre ziemlich gut eigentlich, zu schauen, wie es hier drin anders aussieht Äh, was ich gerade für zeigen Oh, oh, jetzt ist an Äh, der Fakt ist, dass Max Schrift drauf hat Ich habe keine Ahnung Ich habe da hinten gesehen, bei deiner Statue ist auch Dings noch eins, äh The Undergrads are restless Sparmstoffprojektil, also so von einem Löffgang Kamin Cozy Okay, der streckt sich Äh, ist hier auf dem Tisch etwas? Nö So, hier ist noch etwas Jep Kommen wir mal weg Frag mich, ob es dann noch einen Dritten gibt, wo das drauf ist Also irgendetwas drauf Hier nicht Hier aber auch nix Ah, da war Und weg damit Kommen wir da für ein Achievement? Wahrscheinlich, oder? Ich bin nicht sogar ein Dank für dich Rude Nö Gibt es da noch vielleicht einen Äh, verpasst haben Oder ist es vielleicht noch einer Dings In der anderen Realität? Das könnte natürlich auch möglich sein Oh, wo ist denn hier? Äh, Appublikation, okay Das hat mir schon Hm Also hier ist der, äh, Dings für In die andere Realität Ist das ein Therapist-Business-Karte? Ich glaube, einige Leute Auf der anderen Seite Können das nutzen Ich würde gerade sagen, Karte Können wir gut mitnehmen Pinker Mantel? This must belong to someone flashy And forgetful And cold Warum kann ich mir irgendwie vorstellen Dass das vielleicht Dings Vince Könnte sein Vince, schreibt dich Er ist aus irgendeinem Grund Nicht hier Oh, weil er gerade das gesagt hat Jasmin's Büro Können wir nicht schreien Hätten wir doch, oder? Er war literally Just in there Comforting Yasmin But this Yasmin Doesn't need comforting Kaffee-Maschine This is nice and all But there's an actual Barista Just next door Magazin Hm, it's like her eyes Follow you wherever you go Schauen wir mal hier kurz Schnüffeln Guess when's not back yet Äh, Eagle Aw, what a cute little guy Äh, Schauspieler-Auszeichnung Oh Monatsplaner Disciplinaire hearing I wonder what that's about Hm, Montag Mittags mit Gewerkschaft Mittwoch Zoom mit Vorstand Mittags mit Saffi Äh, Donnerstag Treffen mit Vorstand Freitag Finanzen Disziplinär Fahrer Montag Äh, Katerland Äh, Disziplinär Dienstag Klausuren Beginn Disziplinär Mittwoch Mittags Mit Profession Klausuren Disziplinär Alter, wie viele von Disziplinär Äh, Donnerstag Klausuren Treffen mit Xen Bündnis Weg Disziplinär Freitag Letzter Tag Das Semester Disziplinär Jesus, okay Äh, Kaffeetasse Krampusfigur So, eine Kerzen Oh, der ist Computer Keine Ahnung Äh, Anasjach, Rami Betrefft Termine Zagert Entschuldigung für die Späte Mütter Laudalamus Doktor Feiert Den Termin Diese Woche Verschieben Ihre Verwirrbarkeit Ist wie folgt Äh, Lake Bozana Termin verlegen Guten Morgen Ich werde schafft Sie ist Montag Leiden nicht Ihren Termin Haben Sie nächste Woche Termine Verwirrbarfalls Ich setze Sie bitte Auf die Wartliste Stabile Kaffee Ich weiß Kettering Ist nicht wirklich Ein Service Denn die Tölle Anbieter Was er weg Äh, trotzdem Möglich Mehrere Kaffee Für den Treffen Im Verwaltungsgebäude Zu Und daher Jetzt auf Termine Zahm Entschuldigung Für die Verspiele Verwirrbarkeit Verwirrbarkeit Ich würde sagen Wir springen rüber Und schauen Was es hier So Anderes gibt So Dämm Okay Das ist jetzt Sehr Krasse Kontrast Zu den Vorher Den Gern Looks like Nobody felt like Building a fire Today Yep Hm Oh Nein Da war nichts Okay Schade Es ist auch nichts Okay Hier ist jetzt nicht Großartig Viel anders Geht mal schauen Was hier ist Okay Es ist keiner Diesmal Aber auch Nichts Neues Irgendwie Ja ja Max Keine Sorge Machen Machen wir Ich will mich Also wirklich Gründlich Umschauen Weil wir können Wirklich Wenn wir nicht Aufpassen Wahrscheinlich Ziemlich Wichtige Hinweise Sogar Vermaßen Campus Das brauchen wir Nicht Schauen Was wir Hier noch Haben Ah Da ist Winavo Ja Machen wir Stopp Schuss Positiv Notizen Wir bestellen Moses Lern Sistenten Drittsamester Wechsel Besucht Man Hat Es Auf Wenngst Lange Krone Abgesehen Schauen wir mal Hier Bei Kostok Ich bin Besicher Dass Er Meine Schon Lesen Kann Oh Das Ist Wie Was Sieht So Versucht Er Meine Geler 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 Bist du betrunken? Are you pouring whiskey into your coffee? Ja. Yes. Any particular reason why? World is a fuck. Et cetera et cetera. Join me. Nein danke. How many of those do you have? Ooh, just don't check the recycling. Is this about Safi? Safi, Safi, Safi. Everything is about Safi nowadays. This isn't about Safi, Max. This is about you and me. Right. Illicit day drinking with your coworkers is sexy. Be sexy, Max. Not sexy so. Pass on the sexiness. Kiss. Der hat grad'n Ape. What the fuck war das denn grade? Looks like this Vin is taking a break. Nix anders. Taro Karten? What do they mean? It's called a three card pull. This one represents my past. The magician. It means I'm exceptionally talented. Though, you already knew that about me. My present. The nine of wands. Upside down like that. It means I'm exhausted. Feeling vulnerable. And... Well... Guilty as charged. And... My future. The wheel of fortune in reverse. AKA the fuck around and find out card. I think I'm about to find out. Yep. Und... Es ist sehr verdächtig, dass wir einerseits den Schmerzling von Live-Stage 1 haben. Und jetzt die ganz neue Eule auch von Live-Stage 4. Vince! Pass auf! Das ist nicht gut. Und... Fear of the future. It's the spice of life, Max. In my experience... We tend to cause the exact thing we're trying to avoid. Where were you last week? Hm. Vince is mir gar nicht geheuern, ne? Ah, wirklich so... Gar nicht. Also... Er ist eingebildet. Wirklich. Nein, 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 nein. Ich denke, wir alle fühlen sich ein bisschen... Ich denke, wir alle fühlen sich ein bisschen... Oh... Oh... Poor little guy. What happened to you? Please... Don't touch that. It was a gift. Hm? I... Plan on gluing it back together. Hm? Those look like they should be in a file folder somewhere. Um... Is that what I think it is? My... Acting Award? Why yes. Yes it is. Hm. Is that eckling? Somebody robbed an airport lounge. Wir haben wirklich extremst viele. Jesus. Irgendjetzt ins Büro. Ne, kauf sich Maschinen, die das U über benutzt. This is nice and all, but there is a real Barista just next door. So, I guess, sonst gibt's hier, glaub ich, nix mehr. Okay, dann würde ich in die lebendige, also in die Läuferlein wieder zurückkehren. Und uns zum... BK-Gebäude begehen, um da... Dings... Uns... Um die anderen zwei zu kümmern. Ne, um die zwei Professoren. So, BK-Gebäude betreten. Bin ich mal gespannt... Was man da so rausfinden kann. Erwin ist sehr verdächtig und doch bin ich geheuer irgendwie vom Charakter bisher. Boah, natürlich will ich jetzt nicht zu schnell, äh, Schlüsse ziehen. Ich mein, wir wissen von Havis Lynch 1, dass ein Charakter, der viel Scheiße abzieht am Ende, als ne... Ziemlich große Tragödie rausstellt, wie zum Beispiel Nathan Prescott. Aber ist natürlich nicht seine Taten entschuldigt, äh, aber... Ja. Er hatte... Auch ne schönere Kindheit und doch bessere Eltern. Hätte können, er haben, ne. So. Äh, ich... Ah, okay, wir sind hier auf Stufe. Ich wurde mich schon gefragt, warum sind wir so groß? Okay, es hat auch gespeichert. Das heißt, ich würde sagen, hier bänden wir dann die Folge. Wir machen dann nächstes Mal hier weiter. Werden dann, äh, die anderen zwei Professoren da aufsuchen. Und... Wahrscheinlich ein bisschen mehr rausfinden, so. Ich bin mal gespannt, was wir so rausfinden. Vielleicht wird auch einer dieser zwei wieder einen Ausrutscher haben. Äh, so wie halt Vince mit der Windschutzscheibe. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen. Schaust euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. I said for so long that I built a home. They tap at the windows and think they were... Bye, bye. Bye.